Es ist nicht mehr zu übersehen. Düsseldorf freut sich auf ein großes Event, die Ende Mai beginnende Tischtennis-WM. Auf der Kö der Flaniermeile schlechthin präsentierten nun Doppel-Europameisterin Sabine Winter, Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel und DTTB-Präsident Michael Geiger einen überdimensionierten 1,80 Meter großen Tischtennisschläger. Die WM findet vom 29. Mai bis zum 5. Juni in Düsseldorf statt.